Das ist, this is where it ends. Alter. Ja, das war's. Ja. Der muss sich nicht mal bewegen und das war's. Game over. Wir haben aber noch gut was rausgekriegt aus den letzten Monstern. Das ist das zweite Mal, dass wir tatsächlich verloren haben. Tut mir leid, will aber probieren, ob dein Sprachbord auch mit japanischen Zeichen klarkommt. Nein, kommt er nicht. Einfach aufgegeben. Dieses Duell war schon vorbei, bevor es überhaupt angefangen hatte. Ich verliere gegen niemanden. Ich hab's satt, dich weiter anzuschauen. Geh mir aus den Augen, du anselige kleine Kröte. Grrrr. Ah, fuck. Ja, gut. Versuchen wir halt nochmal. Ja. Ekelhafter Bandit. Aber gut. Ist ja nicht so schlimm. Wir hätten auch... Ich hab echt scheiße geplayt am Anfang. Das hätte man echt besser machen können. Let's try that again. Nö, ich hab einfach zu Anfang der Runde... Direkt zu Anfang mit dem Platzieren hab ich scheiße gespielt. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Ich hab zu Anfang schon richtig scheiße die Viecher platziert. Jetzt müssen wir mal gucken. Kann ich das skippen? I already see this. Ich hab das schon gesehen. Ach, da kamen, glaub ich, so fünf, sechs... Das ist ja noch die erste Aufnahmesession, die jetzt auf YouTube ist. Ja, ist schon... Ist tricky. Aber... Ich hab auch, wie gesagt, zu Anfang mega missplayed. Okay, perfekt. Diesmal gehen wir das Ganze schlauer an. Nö, nö! Hat er auf Japanisch das geschrieben? Typisch Deutsche. Umkern sich immer ein, wenn es brenzlig wird im Krieg. Wow! Ist aber auch das, was wir Deutsche am besten können. Wow! Schade, dass der Sprachroboter nicht mit japanischen Zeichen klarkommt. Aber ich drück dir jetzt beide Daumen. Das Gute ist, wir können jetzt unseren Dehnskelengel wieder mitnehmen. Jetzt sind alle wieder frei. Das ist das Gute. Einen Vogel nehme ich wieder mit, einfach damit er nach vorne bashen kann. Den Zeitzauberer lassen wir hier. Den brauchen wir jetzt nicht. Dass wir ihn... Wir haben ihn einfach nach vorne geschickt, um zu sterben. Und das war ein Fehler. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das diesmal schlauer machen. Babydrache ist auch... Er hier hat richtig nichts gerissen. Ich habe ihn aber auch blöd platziert, muss ich sagen. Du bist gar nicht mal schlecht. Lava hat Arbeit gemacht. Ja, du hast Arbeit gemacht. Schwarze Magiermädchen, das... Ich würde sie gerne wieder mitnehmen. Mit dem Movement, ja. Nehme ich auch mit. Zwei noch. Was nehmen wir denn da noch mit? Ich nehme mal einfach ein Bein mit. Und trotzdem... Ja, der Zeitzauberer hält an sich auch gut was aus. So ist es nicht. Ich meine, seine Verteidigung ist gar nicht mal schlecht. So wie ich das jetzt... Äh, warte mal, wo ist denn das? Ein Defter. So, dann nehmen wir eher... Ich meine, für den Preis ist er einiges. 264 für ein Bein. Was einfach mal kaum was kostet. Ist eigentlich schon gar nicht mal schlecht, ne? Und das Ding hat einfach 240. Wir nehmen den Zeitzauberer noch mit. Ja. Diesmal aber... Ne, packen wir die alle ein bisschen schlauer. Manuelle Platzierung, bitte. Okay. Jetzt gucke ich erstmal, was hat der wo? Hier hat er zwei Donner. Hier hat er zwei... Nicht Donner, sondern drei finsternes Viecher. Und das ist wahrscheinlich wieder sein Schießdruck. Ja, ich kann es jetzt sogar sehen. Danke. Stahlskorpion und der Kobold ist... Die beiden hier sind ein Problem. Das heißt, wir müssen zwei Lichtmonster wirklich hier auf der... Auf der Seite da platzieren. Beziehungsweise ich schicke Lamont hier hin. Ich schicke... Den Skelle-Engel hier mit hin. Ich schicke... Ich glaube, ich schicke den Zeitzauberer da auch mit hin auf die Tour. Ja, den schicke ich hier hin. Dann das Bein... Kommt hier hin. Ups. Ne, bleib ruhig da, bleib ruhig da. Lass dich nicht stören. Äh... Dich packen wir hier hin. Monlavas. Ich habe tatsächlich gesehen, das Witzige ist, wenn du alle Exodia-Teile hast, kannst du quasi ein Exodia-Megasort devotionieren. Nein, aber es müssen dafür alle Level 5 sein. Das ist ein bisschen schwierig. So, warte mal. Du kannst da hoch. Ich habe eine Idee. Du und du. Ihr gebt beide. Euch schicke ich da die Plattform hoch. Okay. Das könnt ihr schon erinnern. Jetzt fehlt nur noch Gravas. Aber ist er überhaupt in dem Spiel? Ich hoffe, wir brauchen die Legende. Nicht wahr? So, hier haben wir jetzt echt unseren absoluten Licht-Squad. Und der kommt jetzt auch raus. Das zeige ich euch. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das am schlauesten machen. Das kostet 50. Das Bein kostet auch 50. Ja, okay. Dann haben wir hier ein Bein raus und unseren Skelle-Engel. Unseren Stängel. Weil die beiden müssen sich um diese blöden Nadelbälle kümmern. Die haben mir echt das Genick gebrochen. Ich muss die beiden, die waren echt... Die haben mir zu viel weggenommen. Die haben mir meinen Feuersniper weggenommen. Die haben mir alles, was ich auf der Seite hatte, weggestört. Sabbel nicht, Yugi. Du redest zu viel. Du kommst hier hin. Und du kommst erstmal hier hin. So viel dazu. Dann beschwören wir dich. Hier hat er noch nichts wirklich. Deswegen, ich lass ihn hier jetzt... Ich beschwör hier erstmal nur. Und lass sie erstmal da. Und dich kann ich noch rausholen. Genau. Ich mach nicht den Fehler und versuch, ihn wieder wegzubashen. Das hat letztes Mal absolut nicht funktioniert. Auf einmal finde ich mich dann in Situationen wieder, aus denen ich nicht lebend rauskomme. Und diese beiden Gewitterwolken, ne? Da hab ich jemanden für. Da hab ich ein Lavas für. Und eine Ente. Die bashen euch gleich den Schädel weg. Warte mal, du kannst dich... Du kannst dich hier hin bewegen. Dann kannst du dich hier hin angreifen. Das heißt, ich pack dich erstmal hier hin. Das ist gut. Oh, oh, das ist gut. Ja. Der Squad ist ready. Das Problem ist, dieser Klumpen da, ne? So. Ja gut. Und die Ente müssen wir jetzt auch... Wenn, dann müssen wir jetzt auch die Ente mit nach vorne schicken. So. Anders geht das nicht. Ja. Genau. Weil die beiden... Meine beiden Joker kann ich noch nicht beschwören. Ja, geil. PC denkt sich... Geil. Ich sterb mal. Hope you don't mind. Und... This is a story all about how. Ne? So könnte man es sagen. Äh. Mit dich möchte ich sogar hier hin. Weil dann kannst du nämlich ihn hier schon mal... Ein bisschen vermöbeln. Das Ding nimmt nur überhaupt keinen Schaden. Ja, mein PC hatte gerade einen ekelhaften Schluck auf. Fick dich weg. Stay hydrated, Bot. Du fucking... Shut fuck. Alter, halten die viel aus. So, warte mal. Wo muss ich mit meinem Zeitzauberer hin? Das ist der... Hier müsste der hin. Ja, Mensch. Immerhin etwas. Gut. Immerhin werden wir jetzt mal einen los. Bevor er irgendwas machen kann. I mean, look at this. Es hat zwar drei Monster gebraucht, die eigentlich vom Elementar her stärker sind. But fuck that. Ei, Karamba. Ja, gut. Ich bin nur gerade froh, dass mein PC sich gedacht hat, ja, well, ich fange mich mal lieber wieder. Sonst muss der die gesamte Aufnahme irgendwie retten. Und das ist immer... Okay, das war jetzt eine Aufnahme, wo nichts passiert ist. Also, wo ich verloren habe, aber mein Gott. Ne. So, wie gehen wir jetzt mit euch vor? Erstmal natürlich, wir gehen mit einem Bein vor. The puns. Du gehst hier. Und dich? Ich lasse dich, glaube ich, einfach mal kommen. Weil da kannst du nicht hin. Das ist illegal. Du kannst also nur hier hin. Dann kannst du nur hier oder hier angehen. Dann kannst du nicht. Weil du schlecht bist. Also, beschwöre ich jetzt erstmal einen meiner Schnuckis. So, und dann lassen wir Lavas erstmal da. Er kann sich sowieso jetzt nicht bewegen. Das lief doch jetzt um einiges... Das läuft doch jetzt schon um einiges schöner hier. Fuck you. Ja, dass ich sie da reinschicken muss, das war mir schon klar. Okay, der Schaden ist lächerlich. 66 Damages. Ach, geht doch. Easy. Oh, ja. Oh, schön geparkt. Das beschwört aber vielleicht seinen Rest. Na, außer seinen Schießdrahmen. Mein Dude, wenn du glaubst, du kommst, äh... Du kannst den einfach auslassen, ne? Dann fuck you. So, du gehst schon mal langsam. Meine... Meine Fanservice-Dame. Du gehst mal... Das Problem ist, ich will dich das... Ich will die beiden das hier nicht alleine durchstehen lassen. Zumal sieben muss angreifen. Der Schaden ist da und das Ding tut ihr relativ wenig. Von daher, das geht. Das funktioniert schon mal. Dich kann ich nur... Hierhin bewegen. So, we do that. Und ich hierhin. Okay. Soweit, so gut. Jetzt können wir zum... Nicht-Angriff übergehen. Shit. Weil ihr beide diagonal an... Weil hier jeder diagonal angreift. Scheiße. Äh... Du könntest hierhin. Da ist verbinden. Da kannst du aber nicht angreifen. Es sei denn, ich stelle jemanden da hin, der das zulassen würde. Nö, wisst du was? Ich lasse die Seite hier einfach mal, wie sie ist. Ich schwöre jetzt halt meinen zweiten Buddy hier. Mein Leibguard. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Die Ente ist die Einzige, die was machen dürfte. Aber... Nö. Nö, fuck you. Fuck you. Dich habe ich natürlich übersehen. Aber okay, der Schaden ist jetzt auch... Nicht... Schrecklich. Dafür hast du dich jetzt aber... So positioniert... Wen willst du angreifen? Mein Skelleb... Süß. Dafür hast du dich in den Tod gestürzt? Dafür hast du dich von drei Leuten umzingeln lassen? Dieser Typ ist mit nichts zu vergleichen, was du bisher gesehen hast. Ja. Ich weiß. Aber ich werde die mir trotzdem krallen, du Fickvieh. Du Schmongo. Wie fühlt es sich an, so weggepustet zu werden? Ich weiß nicht. Sag du es mir. Du willst sie echt da oben langschicken? That's a grave. Das da oben ist... Das ist... Dead Zone. Ja, ja. So, wie machen wir das jetzt am klügesten? Ja, mein Gott, Mon Lavas. Du bist echt... Ne, du bist gerade echt Next Level Enttäuschung. Technisch gesehen, du bist schon die ganze Zeit so Next Level Enttäuschung. What the fuck is wrong with you? Ja, ja, geil. Jetzt stehen die alle so beschissen. Das kann ich nur leider nicht verhindern. Warte mal, mach ich ihn da... Kann ich nicht mit dir irgendwie... da helfen? Noch nicht wirklich. Ich packe dich mal dahin. So, du bist in der absoluten Death Zone. Du hast echt... den Kurzen gezogen. Den kürzesten aller Strohhalme. Und, äh... Da du noch entwickeln kannst... kriegst du auch den Kill. Kabutsch. So, damit wurde die Seite schon mal um einiges minimiert. Das ist doch nicht schlecht. Na, vielleicht nicht meine beste Idee. Okay. So weit, so gut. Es sieht schon mal besser aus als letztes Mal, wo er mir zu Anfang direkt mal ein halbes Team zerstört hat. Jetzt will er sich mit dem... Jetzt will er sich nicht bewegen mit dem faulen Stück. Ich krieg' einen Rappel. Ich krieg' den auch nicht dazu, dass der sich mal da... Ja, richtig. Verpiss dich. Fuck. Scheiße. Das ist nicht gut. Okay, der Goblin... bleibt immer noch da und da. Ja, ja, ja. Yugi, sabbel nicht. Ich hab zu tun, ja. Deine... Mischning ist gerade hier auf der Seite echt schreckerlich. Jeder kommt nirgendwo hin, um irgendwas zu tun. Wieso kann ich denn nicht... Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, shit. Hier kann sie aber was reißen. Hier kann sie sogar angreifen. Ich renn' nur dem Schießdrahmen. Volle Kanne in die Nase. Es sei denn... Kann der da längs? Hält sie das aus? Nicht ihn hier angreifen, ne? Ja, ein bisschen... Ist schon Schaden. Aber ich möchte sie ehrlich gesagt nicht in so eine Dead Zone schicken. Fuck. Gucken, was können wir hier so anstellen? Wir geben ihm mal was zu denken hier auf der Seite. Diesmal ist die Seite hier so da, wo wir einfach durch dürfen. Like no one cares. Nicht schlecht. Damit gebe ich ihn aber quasi auf. Was ist mit dir, Großer? Dich könnte ich hier hinstellen und no one would give a flying fuck. Das mache ich auch. Okay. Mit dir greifen wir dann an. Wir geben ihm jetzt in der Mitte einfach mal so einiges zu denken. Wie wär's damit? Wir geben ihm jetzt in der Mitte einfach mal so... Einen großen Haufen Denkzettel. In der Zwischenzeit stirbt uns hier unsere Seite einfach komplett weg. Kanada. Selbst wenn dann... Ich mach das jetzt einfach mal. Das ist gut. Komm. Ich hoffe, ich hab grad noch genug, um wenigstens das Bein mal aus... Vielleicht bewegt er sich, wenn ich das Bein mal wegkriege. Aber ach, Mann. Mann! Oh, das Positioning auf der rechten Seite, ne? Äh, auf der linken. Also auf der, wie ich die Kamera halte. Rechte Seite. Das ist fucking complicated. So. 111. Das ist gut. Das ist einiges. Die beiden da oben sind angeditscht. Was? Was? Das heißt, wie bitte, du Mongo? Shit. Ja, das war mal ein Bein. Das Ding geht drauf. Es sei denn... So, komm. Weißt du, dann... Ich klatsch das Fiel in den nächsten Zug weg. Das ist mir jetzt scheißegal. Ah! So, was machst du jetzt? Ja, du krallst dir das Bein, du faules Stück Scheiße. Ach, egal. Ja, ist nicht schlimm. Ist nur das Bein. Ist nur das Bein. Das ist nicht so schlimm. Das war eine Verschwendung. Das geht auf meine Ente. Mit... Nicht so gut... Krass Schaden. Schlimmer rechnet. So, auf wen willst du? Auf mein Mädchen. Autsch! Finden dir einen? Ich glaube, ich habe mein Dark Magician Girl dem Tode geweiht. Like, again. Und das gefällt mir nicht, weil das ist... Oh! Oh, das ist deswegen... Aber du bist angeschlagen. Das können wir eventuell noch hinkriegen. Ja, er muss drum rum. Nice. Okay. Voll am Start hier. Warum muss denn der da auch... Na, mein... Wenn ich ihn hier hinstelle, ist das so scheiße. Aber es muss jetzt mal sein, langsam. Sonst steht er die ganze Zeit da nur blöde rum. Immerhin, hier passiert jetzt mal was. Meine Güte. Jetzt kriegt er... Kriegt die Ente zwar gleich nochmal heftig auf den Sack. Aber... Das können wir vielleicht noch... Regeln. Aber du bewegst dich... So und diagonal. Warte mal, das heißt, du könntest mich denn so gar nicht angreifen. Weil du kannst dich hierhin bewegen, kannst aber nur da... Okay, machen wir so. Die Nächstenzucht kriegst du von ihr heftig auf den Nuss. Und was dich angeht... Ich bin schon am überlegen. Will ich dich einfach so auf die Distanz... Mit dem Pistolendrachen fighten lassen? Warum eigentlich nicht? Das ist guter Damage. Aber lass mal kurz hier stehen. Wenn es geht, möchte ich sie hier beschützen. Okay, warte mal, der kann nix. Ne, der kann nur diagonal angreifen. Das heißt, wenn ich sie hierhin bewege... Oder gar hier lasse, passiert ihr auch nichts. Wenn ich einfach nur angreife. Und nicht zerstöre. What the ffff? Kann unser Skelettengel das machen? Den krieg ich nicht in Position. Wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Ja, nö, dann möchte ich sie... Definitiv in Sicherheit bringen. Oder überlebt sie noch einen Angriff? 140. Nicht von Captain Goblin. Und hier bin ich dem Dingsdrachen vollkommen ausgeliefert. Das genügt nicht. Und das ist Blödsinn. Ne, wisst ihr was? Bringen sie weg. Fuck, das shit. Ich hab nicht genug Angriffspunkten. Leck mich doch am Arsch. Ich Idiot. Sie zu bewegen hat so viel gekostet. Scheiße. Na, fuck. Aber du greifst so an. Fuck you. So. Ja, aber wir werden wahrscheinlich Viecher verlieren müssen jetzt. Da werden wir, glaube ich, nicht mehr drum rum kommen. Na, geht weiter zurück. Will er sich jetzt... Oh mein Gott, die Ente, sie lebt. Das Ding ist lauffaul, diese Wolke. Die geht einfach nirgendwo hin. Ach, scheiße, ja. Äh! Alter! Kannst du den machen? Oh shit. Oh shit. Hör auf. Shit! Ich meine, das ist nicht viel Schaden, aber... Zusammen mit dem Goblin wird das genug sein. Oh fuck. Ne, der will mein... Der will mein Scale-Engel. Kriegt ihn aber nicht so richtig, also... Uh! Oh mein Gott! Meine Viecher sind deeply wounded. Und Mon Lavas denkt sich immer noch, ja geil, ich bewege mich mal, äh, nur dann, wenn mir mal danach ist. Wie wäre es damit? Ich muss ihn da mal langsam hinkriegen. Der, der bewegt sich ja sonst. Wobei, mittlerweile... Wobei, mittlerweile... So, Problem gelöst. Das Ding ist jetzt woanders faul. Was ist, wenn ich mich hierhin stelle? Ach so, ich kann nur hier mein Spezi machen. Und das wäre ein Monster. Ja, geil. Das ist ja... Pfff, wasted my time. Okay, Moment. Wenn man das erstmal so... Du zerstörst jetzt erstmal... Diese Hoffnung und Träume von ihm. Ja. Genau. Das ist das. Okay. Level up. Sehr schön. Level 2. Oh, das ist gut. Oh ja, doch, komm. Gib. Sehr schön. Du musst immer nicht... Du kannst auch aufhören, so einen Mini-Dab zu machen. Nur mal so nebenbei. Damit kann ich den Pistolendrachen angreifen. Wie viel kosten eure beiden Aktionen zusammen? Beziehungsweise, wenn ich dich jetzt hierhin marschieren lasse und angreife. 116. Ich werde noch einen Angriff brauchen. Moment, damit kann ich so angreifen. Reicht nur nicht. Aber warte mal. Ja, ich mach das so. Pass auf. Ich hab nie eine Idee. Genau. Und nun... Gehen wir mit ihm hier... Warte mal. Er kann sich drei bewegen, ne? Ne, zwei. Eins, zwei. Das heißt, er kann nur hier hin. Ergo, wenn ich mich hier hin bewege... ...und angreife... ...kann der nix dagegen machen. Ja. Sehr nice. Das ist gut. Das ist gut. So. Jetzt haben wir noch 100... Ich kann also entweder mit dir was machen... ...angreifen und sie in den Tod schicken... ...oder wir schicken Mon Lavas irgendwo hin und äh... ...er könnte von da aus locker angreifen. Das ist 105 Damage nur. Nein. Eins, zwei. Du kannst da... Uff. Uff. Ne, ne. Ich äh... Uiuiuiuiui. Why? Das hab ich nicht betrachtet. Scheiße. Sag mal, Dick. Ihr habt diesen Punkt übersehen. Oh, shit. Jetzt hab ich mich richtig hart. Das war richtig dumm von mir. Oh, ich hab ganz vergessen, dass der ja auch da einfach hingehen kann... ...und sagen kann, hör, guck mal. Was willst du jetzt? Mach nötig. Lackes weg. Ja, wir müssen. Jetzt müssen wir in den Angriff gehen. Auch wenn das Opfer fordert. Ich will diesen Schießdrachen haben. Allein, um ihn zu haben. Das Problem ist, jetzt komm ich mit ihr nicht in Position. Ich kann so brechen grad. Ich könnt so brechen grad. Oh, wieso läuft denn jetzt auf einmal alles scheiße? Doch, mit ihm komm ich in Position. Krieg ich den aber auch auf den Sack gleich. Das ist aber auch Damage. Das muss sein. Dann muss ich jetzt drücken im Gesicht. Nein. Nein, stop it. Er kann hierhin. Oder hierhin. Ich fähig ruhig hierhin. Okay. Oder? Warte mal, ich kann doch hierhin. Was will er machen? Richtig. Genau. Shit. Sie wird höchstwahrscheinlich sterben. Ich hab grad viel eher die Hoffnung, dass ich ihn nochmal irgendwie dazu kriege, sich woanders hin zu bewegen. Wobei er es wahrscheinlich nicht tun wird. So. Mon fuck ass. Da werden jetzt wieder Kreaturen sterben. Das weiß ich einfach. Oh, fuck my life. Fuck my life into pieces. This is a plastic sword. Oh nein. Ausgerechnet du schon wieder. Dieser eine Winkel. Ja gut, damit hab ich gerechnet. Sie überlebt. Oh mein Gott. Ja gut, die Schwäche vom Elementar her. Oh Gott, sie überlebt. Oh shit. Presicted. Nö, weißt du was? Das kriegst du. Das gönne ich dir. Den Kill kriegst du. Ja. Dein Kill. Darfst du haben. Oh mein Gott. Sie überlebt er. Ich hab die ganze Zeit dann noch meinen scheiß Zwei-Zauberer hier in der Ecke stehen. Ich hätt' das ganz anders machen können. Oh, ich bin so ein Fucktard. Ich bin so ein Fucktard. Weißt du was? Das ist scheißegal. Stell dich da hin. Und lutsch. Das ist mir scheißegal jetzt. Oh, das ist mir genauso egal jetzt mittlerweile. Oh, Alter. Ich knüll's dir eine. Ach, das steht noch die ganze Zeit, mein fucking Zeitzauberer. Hier. Weißt du? Seht ihr? Das meine ich. Seht ihr? Der denkt sich jetzt, oh geil, Geld. Zeit ist Geld. Yeah. Und knallt sich eine. Oh, das waren wieder. Fuck. Komm, Ente. Hi. Scheiße. Mann. Ich find's immer geil. Wieso parke ich da immer Monster, die ich nie benutze und dann vergesse, dass ich sie habe? Oh, Mann. I'm such a fucktard. Am liebsten würde ich jetzt einfach dein Dings nehmen und destroyen. Komm. Weißt du was? Ich mob dich jetzt. Das bewege ich jetzt alles mal so langsam. Nur, weißt du, das Mr. Kief, das wird jetzt was Privates. Das wird jetzt was Privates. Das, ich kratze, ich zerkratze dir so den Lack. Tja. Dir zerkratze ich so den Lack, das sei dir. Na komm, jetzt mach dieses Grid wieder aus. Ist ja ekelhaft hier. Dieses Scheißding. NANI? Die eigenen Kreaturen vergessen. Unser Shadow, wie wir ihn kennen und lieben. Oh, fuck. Oh, Mann, nein. Was mach ich denn jetzt hier? Ich will nicht auch noch mein schwarzes Magier-Mädchen verlieren. Das Ding kann... Ich geh nochmal auf Nummer sicher. Ja, es kann sich nur Diagonale bewegen und angreifen. Das heißt, wenn ich mich einfach da hinstelle, kann es einfach Jack Shit tun. Ja, mein Freund, was... Was willst du machen? Ich kann dich so lange mobben, wie ich will. Und du kannst nichts dagegen tun. Ah ja, ich... Ich sehe schon, wie das gleich zurückkommt, um mich zu beißen. Ja, lauf! Nee. Oh, das ist... Das ist not gonna end well. Ich komme einfach nicht in Position. Weil wir beide uns nur Diagonal bewegen können. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ich merke halt jetzt, dass ich... Bin jetzt gerade drauf und dran abzufucken. Wenn ich nicht was dagegen mache. Ich bin drauf und dran abzuschmorzen. Sonst rennt er mir nachher noch die Bude ein und killt mich. Ich muss da echt drauf aufpassen gerade. Der rennt mir da gleich sonst die Bude ein, der Arsch. Und wieso zum Fick komme ich da nicht hoch? Ich will doch nur in fucking Position kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kriege einfach keins meiner Viecher richtig in Position. Ihnen auch nicht. Das ist doch gerade leckerlich. Was ist denn das hier gerade? Und hör endlich auf, dich so doof zu bewegen, du Arschgeige. Wenn ich mich die... Warte mal. Wo kannst du dann hin? Du kannst so, so... Ich kann den jagen, bis ich blöd werde. Das ist ein Stalemate hier. Das ist gerade richtig scheiße. Warte mal. Du gehst... Hier... Hier... Kann der hin? What? Echt jetzt? Wenn er hier ist, dann greift er so an. Ich geh mal zu meinen Monstern. Da können die mich eher noch beschützen. Boah, ich hab grad so Schiss, hier einen Fehler zu machen, ne? Lass mich doch jetzt echt dieses blöde Grid ausmachen, ey. Lass mich doch jetzt dieses Grid ausmachen, Mensch. Gut, danke. Meine Güte. Tatsache, man kann da rauf. Das lasse ich nicht zu, mein Freund. Er kann sich da nicht hinbewegen. Er kann sich nur da hinbewegen und da könnte er nichts tun. Ich bin nur langsam selber richtig fucked. Es sei denn... Nö, kann ich auch nicht. Das ist doch gerade lächerlich hier. Das ist echt Next Level lächerlich hier. Ich glaube, ich hab ihn da gleich so langsam, aber sicher... Äh, da unten hab ich ihn bald? Oh mein Gott. Boah, natürlich, du. Mein Zeitzauber, ja, von mir aus. Solange du da jetzt deinen Zug für verschwendest, von mir aus. Das wird mir nämlich jetzt langsam hier zu risky. Äh, wenn ich mich hier überhaupt hinverfahren hab, ey. Ich könnte ihn den gesamten Tag jagen, ne? Und er würde immer wegkommen. I'm so sick of your bullshit. Jetzt ist Ende. Komm, aus, Schluss. Just fuck off. Just fuck off, Keef. Fuck off. Dein Kristall ist fast knutschen gegangen mit Mime. Fuck off. Fucking dickhead. Alter, das waren mehr Opfer, als eigentlich hätten es sein müssen. Fuck, boy. Oh, scheiße. Unmöglich. Ich habe schon stärkere Gegner als dich geschlagen. Wie konnte ich nur verlieren? Dieses Duell war für dich schon gelaufen, als du dich entschieden hattest, unehrenhaft zu kämpfen. Was warst du denn schon? Das nächste Mal werde ich mich rächen, darauf kannst du Gift nehmen. Ich verziehe mich. Das war's dann wohl, Bandit Keith. Mach's gut. Piss dich, Mann. 14 Erfahrungen, Alter. Ein bisschen wenig für den Kerl. Was denn jetzt? Yo, Brösel. But why, though? Yes. Ich ein Level hoch und der Zeitzauberer ein Level hoch. Gib mir mal... Und der Zeitzauberer ist Level 3. Nice. Wir müssen aber den Babydrachen hochkriegen. Schießdrache, definitiv. Und gib mir mal... Gib mir mal so ein... Alter, so ein Nadelball ist gar nicht mal schlecht. Vielleicht 2,44 für 60? Ja, doch. Ich hab das. Du bistabilir. Ja, Schießbewohner. Ja, parkour. But ich kaufe... Ich hab das so planenbuttonooke. Hui, wiek City ist eigentlich nie? Ich habe da das. Vorher läuft. eker, ich war dabei. Buddy. Und bleibe. Ich habe das. 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 Vielen Dank.